Liebe Poldergeister-Fans, gebt euch in Acht. Dieser Ausschnitt betrifft der Sänger Totenstein. Er ist gestorben am 2020 an seiner Raucherlunge. Er hat nicht ein glückliches Leben gehabt, wie alle dachten. Totenstein ist von uns gegangen. Dieses Lied betrifft alle Kinder und Jugendliche und Erwachsene und Eltern. Sie sollten unter 18 Jahren nicht einschalten. Der Inhalt des Filmes wird bald in Kinos entscheiden. Totenstein sein letzter Wille, seine tote Seele aufersteht. Als Keist durch die Welt wandert. Irgendwo in Deutschland würde er wieder auferstehen. Und die Kinder werden irgendwann mal Albträume kriegen. Ich weiß nicht, wie es lange dauert oder wann er kommt. Das könnte ein Uhr, zwei Uhr nachts sein. Vielleicht auch drei, vier und fünfe. Er ist unsichtbar. Er könnte euch nicht sehen. Er wird euch sehen. Er kommt aus der tiefen Dunkelheit. Er hatte keinen Frieden auf seinen Tod gefunden. Totenstein ist eine Legende geworden. Eine Legende, was viele übersehen. Und diese Legende wird wieder auferstehen. Er würde die Herzen eurer Ängste sein. Totenstein wird euch vernichten. Wird euch die Hölle sehen. Wird euch alles Mögliche sein. Und viel Spaß an dem Intro von Totenstein. Draußen, nachts, im Wald Lagen, äh, Zeit Ist Totenstein auferstanden Ihr wollt ihn nicht, ist eine Legende weit Schaltet ein Nehmt euch nicht zurück Auf den Totenwald Irgendwo in Deutschland Im Schwarzwald Königsberg Dunkle Ecke Von Deutschland Irgendwo Taucht er auf Er schreckt kleine Kinder Und Eltern Die Türen fallen zu Öffnen sich Schränke knistern Ängste Unter der Bevölkerung Wird irgendwann mal In sieben Tagen sein Lass es nicht sein Nimm das euch die Kamera auf Er wird kommen Er wird erscheinen Ich muss Ängste verbreiten Totenstein Der Verfluchte Totenstein Der Gerechte Das Land ist des Herrschers Das ist Wunderbar Dieser Geist Erwacht zum Leben Er findet Die innerliche Ruhe nicht Er wird euch kommen Fragt sich nur wann Wenn 2020 ist Ist er gestorben Und ich wünsche euch Viel viel Gute Nacht Und räum schön Ich bin Jäger Ich bin Ich bin Jäger Ich bin Jäger Ich bin Als Feuergeist werde ich euch die Köpfe waschen Und heimlich durch die Spugen spugen Durch die Spüle kommen Als Gespenst Durch eure Verlaster äußerst spugen Und eure Köpfe verrückt machen Ich bin die Todesseele selbst Langsam schleiche ich euch am Betten ran Ich liege euch unter dem Kopfkissen Unter der Decke Bölder Geist Als Bölder Geist bin ich du Todesseele Aus eurem Haus Gespenster In den Todehütte Lass ich mich nicht in Untergriechen Als Geist bin ich unsichtbar Ihr seht mich nicht Als Geist Seh ich nachts Was mir träumt Als Bölder Geist Bin ich die Todesseele geflut Ihr seht mich nicht Ihr hört mich Ich komme langsam auf die Treppen hoch Ich schlage eure Türe zu Ich schlage eure Türe zu Ihr hört mich spugen Aber wo bin ich Ihr könnt's versuchen Eine Kamera aufzustellen Eine Kamera aufzustellen Ihr seht mich einfach nicht Vergiss es Forsch nicht nach Mein Zorn wird Ass Als Bölder Geist Bin ich verdammt Eine Todesseele Als Bölder Geist Als Bölder Geist Bin ich du Todesseele Aus eurem Haus Gestänzten 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 In den Tod der Hütte Lass ich mich nicht in Untergriechen Als Geist Bin ich unsichtbar Ihr seht mich nicht Als Geist Seh ich nachts Was mir träumt Als Bölder Geist Bin ich tief Tode Seele Geflucht Geisterspurke Nachts um drei Uhr Meine Hand geht langsam um die Decke Und pack dich Ihr füllt meine Geld Biss Ihr füllt Mein Volk Hälte Hälte Alle Dein D Marz Was Welters Seißt Untertitelung des ZDF, 2020